Der Dings. Er muss dafür sorgen, dass unser Spielplatz sauber und sicher ist. Dass Sportplätze und Radwege in Ordnung sind. Dass Spandau auch für uns junge Leute attraktiver wird. Und für uns Ältere auch was zu bieten hat. Papa, die ganzen Sachen machst du doch schön, oder? Stimmt. Dann kannst du ja Bürgermeister von Spandau werden. Dafür brauche ich Ihre Stimme. Am 18. September mitmachen. Carsten Röding, Ihr Bürgermeister für Spandau. Damit Spandau in guten Händen bleibt.